Auf gute Nachbarschaft! Mein Name ist Victor Dünn, ich bin Landwirt auf dem Gutklarenhof in Frechten bei Köln. Wir sind ein familiengeführtes landwirtschaftliches Unternehmen und produzieren neben Ackerbau für verschiedene Unternehmen Spargel, Erdbeeren und Eier. An meinem Beruf liebe ich, dass ich jeden Morgen wieder in die Natur hinauskomme und auch Produkte schaffen kann, das heißt von der Aussaat bis zur Ernte begleiten zu können. Damit ein Produkt zu schaffen, was für Nachhaltigkeit steht und jeden Tag Frische transportiert. Gute Nachbarschaft ist für mich ein Zusammenspiel von guten und dazu vielleicht auch mal schlechten Momenten, aber ganz wichtig dabei immer als Zielsetzung, dass man nachhaltig für eine gemeinsame Zukunft einsteht.